Ja, nein, ich nehme sie erst von ihm auf. Und ich sage zu den Leuten immer, bitte nicht, das zu meditieren. Schaut euch diesen kleinen Lozyten aus. Ja, schauen Sie mir das an. Sie sehen ja im Immosystem in der Arbeit. Schauen Sie, wie der sich durchkämpft. Der tastet jetzt alle ab. Der kontrolliert seine Sauber. Wenn er etwas Unsauberes findet, dann zerstört er es. Ja, und das ist jetzt quasi eigentlich überall. Da ist die Nächste herum. Die Nächste herum, ja. Und das sind quasi für Sie diese wichtigen Bilder. Da sehen Sie Ihr Blut in der Arbeit. Wunderschön. Und Sie sehen jetzt da quasi, warten Sie, gehen nur weiter zurück. Wir sehen da quasi im gesamten Kamerabüte da jetzt 6, 7 Immunzellen, ja. Die trotz Bestrahlung, die trotz Operation, die trotz Schwächezustand und so weiter, arbeiten wie verrückt. Ja. Gleichzeitig sehen wir relativ membranstabile Erythrozyten, weil sie so viel Einhöhlen nehmen. Das ist super und membranstabil. Wir sehen da sozusagen quasi die fleckweisenden, zündlichen Reaktionen durch eingeschränkte Bakterien, entweder aus dem Darm oder von Wurzelbehandlungen. Und wir sehen doch relativ deutlich den Zerfall der Erythrozyten. Da ist es besonders deutlich, ja, mit den Händschen in den Körperchen, die die da ausbilden. Also das ist oxidiertes Hämoglobin, wie wir es ganz typisch sehen bei allen Tumorpatienten. Das ist also das stärkste Zeichen für den Tumorpatienten. Mhm. Trotzdem, es ist wunderschön, das Immunsystem im Ort zu sehen. So schön, wie gemeint, so beweglich. Wie die durchkrautschen. Dann tragen wir eine andere Färbung rein. Dann kommen dann ziemlich stärker aus. Jetzt sehen Sie es besser, gell? Ja, wir haben es jetzt erst auch gut gesehen. Ja, aber da waren es zu überstrahlt, nicht? Aha. Und jetzt sieht man es sozusagen quasi extrem schön. Ja. Mit dem Bild gehen Sie in die Einschlafphase. Das sind die Immunzellen, die Ihren Krebs vernichten. Okay. Gut.